Hallo und herzlich willkommen bei Schnell, Gut und Günstig. Heute machen wir einen leckeren Co-Slaw, den klassischen amerikanischen Krautsalat. Dafür halbieren wir zunächst einmal den Weißkrautkopf und nehmen die äußeren Blätter ab. Dann schneiden wir das Weißkraut in vier Stücke und entfernen den Strunk. Die Weißkrautstücke raspen wir dann in ein Gefäß. Im nächsten Schritt schälen wir zunächst einmal die Karotten ab und schneiden die Enden ab. Den Weißkrautsalat würzen wir mit ordentlich Salz und etwas Zucker und kneten das Kraut gut mit den Händen durch. Dann raspeln wir auch die Karotten in die Schüssel. Das Ganze vermengen wir dann etwas mit den Händen. Dazu geben wir dann eine frischgepässte Zitrone und schälen eine Speisezwiebel ab. Davon geben wir eine halbe ebenfalls in den Salat. Dazu kommt dann unsere leckere Blitzmayonnaise. Wie ihr diese macht, findet ihr unten verlinkt in einem anderen Video. Das Ganze würzen wir dann mit etwas Weißweinessig, etwas Zucker und mischen das Ganze gut durch. Und fertig ist unsere leckere Coleslaw. Schnell und einfach gemacht und besonders lecker. Ich wünsche euch guten Appetit, lasst es euch schmecken und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.